naja schade ich würde sagen wir sehen uns in der nächsten runde wieder also bis gleich oder ich hab das teiler gekriegt lol ja servus meine muslims willkommen zurück zu einer neuen folge overwatch ich bin heute den taubian mit dem neuen skin den wir gekriegt haben und ja mal gucken was wir heute hinkriegen wir mit dem werden unsere turrets hier hinstellen weil das ist die da ist die turret am bösesten oh die sieht aber cool aus die cyber die cyber turrets sieht nice aus auf jeden fall kann man nehmen hallo 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 tochter aber immer wieder schön wie jeder wie jeder torbion dieses detail an der waffe hat was da immer so ähm ein stück hoch geht wenn ich da springe dieses sit sit das ist aber wirklich jeder torbion hat ne ich werde wieder neu auf kein problem oder der scheint ein bisschen besser zu sein der kollege oh lol alter hat er mehr rein gedrückt aber guck mal mein team komplett zerstört was da los kann aber nicht sein so mit einem rutsch auf den points das haben wir wieder phänomenal game on ja ich glaube das bringt nichts mehr ich lasse es mal dahin zu laufen da baue ich lieber meine turret neu auf und sagen das war recht schwach von uns aus ja sowas ja 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 Jetzt sind wir heute beim Halbenheim ein bisschen eher der Passivere. Okay, nice one. Warte mich, wie man das hinkriegt. Bleiben die denn? Ich habe diesmal ein bisschen besser aufgestellt. Wann hab ich wohl? Wann treff ich wohl? Das ist, dass ich nicht der auf den Zorn hauen würde mit dem Torbjörn. Das ist gegen mich? Wenn es das gegen mich geht. Ach ne, da oben gehst du durch. Okay. Dachte eigentlich echt, dass der das gegen mich durch macht. Aber okay. Jetzt nochmal drauf geschossen worden hätte ich direkt meinen Molten Korn geschmissen. Dann baue ich halt neu auf. Ist doch scheißegal. Wie interessant für mich. Und statt der hinkommt und meine Turret schützt der eine Kollege da. Machen leid, dass es ein bisschen langweilig ist. Aber was soll ich das Torbjörn machen? Das ist halt meine Aufgabe hinten zu defen, meine Turret aufzustellen. Okay, die wollen oben durch. Ich hab einen am Head erwischt. Sehr nice. Sehr nice. Der hat echt seine Ulti benutzt, wird's mich verarschen. Die gehen beide daneben. Ja, nice. Bin schon ein guter Werfer. Aber die trifft aber, oder? Ne, trifft auch nicht. Tja, ne? Und sonst Leute, wie geht's euch so? Ja lol, das ist ja voll krass. In den ersten Punkt sind sie so schnell reingekommen. In den zweiten kommen sie gar nicht rein. Nein. Nicht, dass ich was dagegen hätte. Ja, macht ihr mal. Joooa. 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 Mehr Tochter. Tut mir leid. Heute nicht. Na, da hat er keiner mit erwischt, ne? Mit seinem Dingens. Macht mir nix. Gripp mich sowieso nicht. Komm schon, komm schon, komm schon. Jetzt habe ich natürlich selber keine Rüstung. Ne, doch, ich habe volle Rüstung. Jetzt habe ich 305. What? Stay what? Ja, im nächsten Rush habe ich auf jeden Fall meine Dingens ready. Mein Molten Core. Ah, die wollen oben, die wollen oben durch. Mach den mal. Nein! Hier Adämsen bin ich. Ja, die sind auf mich hauptsächlich gegen das. Das hast du richtig gemerkt. Jetzt wird's aber natürlich knapp, ne? Müssen wir nochmal Gas geben da, ne? Was sind die alle auf dem Point? Das kann aber nicht wahr sein. Lol, Alter, keiner auf dem Point? Ich wollte gerade hier oben hin meine Turret hier aufbauen. Ohne Witz. Super. Naja, schade. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. Also bis gleich. Oh, ich hab das Teil hat gekriegt. Lol. Äh, okay. Ja, ich will jetzt den Triple-Killer kriegen. Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall. Es ist eindeutig das beste Highlight, was man hier ganz gesehen hat. Okay, also bis gleich. Ja, wir kommen zurück zur nächsten Runde. Ähm, ist nicht ganz optimal, was ich hier gewählt habe. Es kann natürlich funktionieren, aber nicht ganz optimal, was ich hier gewählt habe. Ähm, deswegen... Wir gucken mal, ob ich hier auf Junkrat bleibe. Auf Junkrat. Ob ich hier auf Dingens bleibe. Oh, das sollte nicht so sein. Oh, ist mir doch egal. Ich stehe halt hier hin. Das war's für dich. Mann, oh, hinter mir war ja die Moira. What the fuck? Kann aber nicht wahr sein. Geht da hinter mir die Moira? Was reinkriegen? Hm, 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 hm. Oh, meine Toast, was ist im Arsch? Muss man ja nicht sterben lassen, kann man ja mal wieder aufbauen, nee. Out of scrap, baby. Scheiße, hätte ich mich da nicht angeschossen, hätte ich das überlebt, schade. Muss ja zugeben, die Spielweise von dem Torbjörn habe ich mir so ein klein bisschen abgeguckt, weil das eine geile Spielweise ist. Wie man sieht, das funktioniert ja einigermaßen, ne. Oh, uiuiuiuiuiui. Ach, Mannu. Warum hat die denn auch, warum hat die denn auch, guck mal, der hat das Ding voll aufgeladen, what the fuck. Shit, ey. Der Typ ist nicht schlecht. Hau mal. Mano, ach, das gibt's doch nicht. Ey, fünfmal bin ich jetzt hingelaufen. Kann aber nicht wahr sein. Schon wieder hat die mich gekillt. Ja, ganz schön schwache Leistung hier. Autsch. Gibt's doch nicht, dass der mich dann aber auch jedes Mal noch erwischt. Lol, 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 lol. What the fuck? Ciao. Ui, 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 ui. Ich muss mal Heilung erstmal, bevor ich jetzt meine Trollen aufbaue. Oh, nice. Sehr gut, haben wir das noch geholt gekriegt. Mega nice. Mega nice. Und bei den üblichen 99% mal wieder. Nicht schlecht. Aber dieser Junkrat, der war vorhin, war der Tracer. Der hat auch gewechselt. Oh, hallo. Ui, 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 ui. Nihau. Nihau. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Ja, nice Troll, gut gemacht. Hauptsache die Leute aufhalten. Hauptsache, wir sind später am Point. Das ist immer eine gute Sache. Immer diese Trollleute. Immer diese Trollolololololololol. So, ich habe die Trollleute aufbauen, aber hier bin ich gerade die Scham. Na ja. Immer in der Ruhe, du siehst du, ja? Huh? Da geht's aber gut ab, du. Da ist doch jemand. Da ist doch jemand. Oh, oh. Tschüss, Turret. Sorry. Oh, nice. Der war cool. Oh, nix da mit deiner... nix da mit deiner Ulti. Oh, du gehst mir ganz schön auf die Eier, Kollege. Jetzt heim ich dich tot. Gib es Sinn. Er kommt eh zu mir. Ich weiß eh, dass der zu mir will. Wo ist die hin? Nervt nicht. Kann doch wohl nicht wahr sein. Ich brauchte mein Heal, eh. König ist die mit dem Eckstern. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh. Die a big one, are you? Karma. My turret. I foresee great things for you. Just wait and see how I have it. Karma, come get me. Aua! Sie wo dahin will. War klar, dass du dahin willst. Oh, nice. Sehr schöne Runde mit Torbjörn. Hätte ich nicht gehabt, dass das so gut klappt. Nice, nice, nice. Würde ich sagen, war ziemlich geil. Es war, dass ich ein bisschen ruhig war. Ich war ein bisschen konzentriert. Und ja, ich würde sagen, das war's dann, meine Lieben. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Einschalten. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Da sterbe ich jetzt. Achtung. Und... Tod. Hm. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.